Die Schlacht bei Ensheim fand am 4. Oktober 1674 zwischen französischen Truppen auf der einen Seite sowie kaiserlichen Einheiten und Reichstruppen auf der anderen Seite während des holländischen Krieges bei Ensheim im Elsass statt. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit der Kaiserlichen endete sie unentschieden. Vorgeschichte Den Reichstruppen unter Alexander de Bornenville war es gelungen mit Hilfe der Bevölkerung von Straßburg den Rhein zu überqueren und in das Elsass vorzustoßen. Sie sammelten sich zwischen Rhein und Wogesen. Das Ziel war es den Franzosen den Zugang zum oberen Elsass zu verwehren. Dies wollte der französische Befehlshaber Henri de la Tour d'Auvernier wie konnte die Tourrenne verhindern. Diesen ging es auch darum eine Vereinigung der Reichstruppen mit der brandenburgischen Armee, die bei Heilbronn stand, nicht zuzulassen. Obwohl seine Armee deutlich schwächer war, ließ Tourren sie in Eilmärschen gegen den Gegner vorrücken. Die Verbündeten waren dagegen nur langsam vorgerückt und hatten die Übergänge über die Bräusche noch nicht besetzt. Verlauf Bei Ensheim etwa 10 Kilometer südwestlich von Straßburg kam es zur Schlacht. Die kaiserlichen Truppen nahmen eine Stellung geschützt von Gräben und Häken zwischen der Bräusche und der Il ein. Vor der Front befanden sich Waldungen, die aber zunächst nicht besetzt wurden. Am Morgen des 4. Oktober griffen die französischen Truppen an. Sie besetzten die Waldung beim linken Flügels der kaiserlichen, bevor diese ebenfalls diesen Schritt vollzogen. Die Waldung wurde von den Franzosen gehalten. Bornenville befahl auf dem rechten Flügel eine Kavallerieattacke. Diese scheiterte. Nach einem langen Kampf waren beide Heere erschöpft. Tourrenne war es zwar gelungen, alle Angriffe der Kaiserlichen abzuwehren, sah sich aber nicht in der Lage seinerseits die zentrale Stellung des Gegners anzugreifen. Auf dem französischen rechten Flügel endete die Schlacht daher um 2 Uhr und auf dem linken Flügel um 4 Uhr. Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurden nur noch Artilleriegefechte ausgetragen. In der Nacht zogen sich beide Heere zurück. Nur einige französische Schwadrone-Kavallerie blieben auf dem Schlachtfeld zurück. Folgen Die Schlacht hatte keine unmittelbaren Auswirkungen. Der kaiserliche Befehlshaber agierte ohne viel Geschick während der Ruhm von Tourrenne wuchs. Unter den Verbündeten nahm das Misstrauen und die Uneinigkeit zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017